Hallo, liebe Kengo-Jungsfreunde! Heute will ich dir zeigen, wie man am besten die Sohle tauscht bei der Schale mit den Bunis. Heute zeige ich dir, wie man die Sohle auf den Schalen verändern kann. Du brauchst einen Schraubendreher. Je länger, desto besser. Dann gehe ich in die Mitte rein, kippe nach außen und mache dann mittels Hebelbewegung nach außen. Dann gehe ich zurück in die Mitte, auf die andere Seite, nach außen. Okay, dann kann ich das nach außen. Auf der anderen Seite, ich kann es nicht tun, ich kann es ausziehen. Okay, so ich habe die Sohle und ich habe zwei Glams. Okay, so zwei Glams und die Sohle. Für die neue Sohle, ich gehe nach außen, push es hier, push the glams here. Okay, so you see, it´s here, okay. Go here. And then, I go to the middle. But back from your body, okay. Not like this. Back from your body. Dann, also weg vom Körper, dann wieder mittels Hebelbewegung. hier rein. Andere Seite. Zack. Und der Gummi ist drin. Dann wechsle ich auf die andere Seite. Gummi rein. Mitte, weg vom Körper, away from the body. Up. Up. And the other side, up. And the shell is ready. Okay? If you have any questions, send us an e-mail. We will answer. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, e-mail schicken. Wir werden antworten. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Kengelschaftspuls. Tschüss.